Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video Warum nutze ich GetResponse Ich habe hier mal 10 Gründe aufgeführt, die mich überzeugt haben, GetResponse zu nutzen Nachdem ich ja jetzt schon 3 Jahre bei Clicktip und ein paar Wochen bei Gulux mich getestet habe Habe ich mich jetzt für GetResponse begeistern können Und ich zeige dir hier mal die 10 Gründe, die mich überzeugen Und warum ich das auch gerne weiterempfehle Erstens, GetResponse ist auf Deutsch, das haben wir nicht überall Zweitens ist es günstig, angefangen von 12 Euro Was ich jedem empfehle, der ganz neu ist und starten tut Wenn jemand sich schon ein bisschen mehr auskennt und auch schon E-Mail-Adressen gesammelt hat Fürs E-Mail-Marketing oder auch mehrere Landingpages und Webinar-Erstellung nutzen möchte Würde ich die Pro-Version empfehlen, da man damit auch schon viel mehr Sachen machen kann Drittens hält sich GetResponse an deutsche und an EU-Richtlinien Zum Beispiel das Double-Opt-In-Verfahren ist ja in Deutschland Pflicht Das haben wir hier auf jeden Fall Viertens haben wir bei GetResponse eine sehr einfache Handhabung Zum Beispiel beim Erstellen der Landingpages durch Track und Drop Fünftens, der Versand bei GetResponse ist sehr sicher Sechstens, wir haben einen niedrigen Spam-Score sowie eine geringe Bounce-Rate Das wiederum heißt, dass die E-Mails äußerst selten im Spam landen werden Wir haben viele, viele vorgefertigte Vorlagen, also Newsletter-Vorlagen, E-Mail-Vorlagen Die sehen richtig professionell aus, das werdet ihr dann in einem anderen Video noch sehen Man kann schwarz-weiß E-Mails versenden, aber auch vorgefertigte E-Mail-Vorlagen nehmen Und die richtig schön mit Bildern gestalten und gut aufteilen Mit unseren Eintragungsformularen bei GetResponse haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten Und auch wieder viele Vorlagen Zu neuntens, die Add-ons bei GetResponse, die sind sehr vielseitig einsetzbar Das werdet ihr auch noch in den weiteren Videos sehen Und zehntens, wir können selbst in GetResponse Landingpages und Webinare erstellen Wir haben leere Vorlagen, wir haben zig Vorlagen für Business, für Gesundheit, für Abnehmen Für sämtliche Bereiche gibt es Vorlagen der Landingpages, die wir durch Track & Drop erstellen können Im Editor Texte machen können, Bilder, Videos und auch Webinare einfügen können Direkt für Webinare gibt es auch vorgefertigte Landingpages Und die Webinare selbst können wir auch erstellen in der Pro-Version bis zu 100 Teilnehmer Das sind die 10 Punkte, die mich überzeugen mit GetResponse zu arbeiten Und mir hier mein E-Mail-Marketing aufzubauen Also ich brauche kein extra Tool, um Landingpages oder Webinare zu erstellen Das ist alles mit drin hier bei GetResponse Und das überzeugt Zusammenfassend kann ich nur sagen GetResponse hat alles, was ich für ein effektives E-Mail-Marketing benötige Schaut euch die Videos an, die ich in Zukunft machen werde Für alle Abteilungen im E-Mail-Marketing In der Kampagnen-Erstellung Webinar-Erstellung Landingpage-Erstellung Und wie mir das alles miteinander verknüpft Werde ich kleine Videos erstellen Und nach und nach hier hochladen Ich bedanke mich für deine Geduld Wenn dir das Video gefallen hat Schreue ich mich über ein Däumchen Denn du weißt, hier das Däumchen ist ein Däumchen Und wenn du noch mehr Videos zu GetResponse sehen möchtest Dann abonniere meinen Kanal Bis zum nächsten Mal Eure Marita Bye Bye Tschüss